Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video basteln wir zusammen eine Karte mit Stempeln und Stanzen von Temo. Ich habe gestern Abend einfach so eine Karte versucht zu machen. Und ich würde das ein bisschen anders machen, wie ich das gestern gemacht habe. Und zwar, ich habe die versucht auch so dreidimensional zu machen. Aber das ist bei den kleinen Sachen nicht so toll. Also ich würde die gleich so aufkleben, wie die sind. Dann würde ich ein anderes Papier nehmen für meinen Frosch. Da habe ich 120 Grammatur von Kopierpapier genommen. Das würde ich heute nicht machen. Dann nehme ich hier vom Actionblock das etwas dickere weiße. Weil es ein bisschen stabiler und ein bisschen besser beim Ausmalen ist. Weil den Kreis hinten habe ich halt mit Actionpapier ausgestanzt und es war auf jeden Fall viel besser. Weil den Frosch habe ich ja auch da gestempelt. Könnt ihr das sehen? Weil ich wollte, dass es auch angemalt ist und dass er darunter gestempelt ist. Und den konnte ich besser ausmalen, als hier auf diesem glatten Papier. So und die Stella kommt. Wie gesagt, Spruch habe ich noch nicht. Aber das kann man... Guten Tag Stellachen. Das kann man nämlich auch später dran machen. Ich habe heute mal ein bisschen vorbildlich alles, soweit es geht, vorbereitet hier. Hey Stella, ein bisschen Poppischen bitte weg. Auf diese Seite, da ist mein Stempel von Temo. Dazu habe ich ja die passenden Stanzen auch gekauft. Dann benutze ich... Also hier habe ich dann auf der Seite habe ich alles aufgebaut. Da ist die Big Shot. Da ist noch so Papiereinkauf, habe ich bei Woolwood und Teddy gemacht. Das möchte ich auch noch gerne abdrehen, das Video dazu. So, diese Stanzen habe ich auch vom Thema. Das wird unser Kreis sein. Aber das sehen wir ja gleich alles. So. Und hier ist meine Stellachen. Niemand jetzt? Ja... Ja was? Du bist müde, ne? Oh je. So müde sein. Heute mal einen Besuch. Ich liebe dich mein Schätzchen. Aber... Jetzt habe ich meinen Link verloren. Also hier meine Stempel. Ich muss die Kleider runter machen mein Schatz. Ich muss jetzt anfangen. Ich weiß, du bist jetzt musen. Ne? Bist du jetzt musen? Ja. Oh... Dann werde ich noch... Diese Stanz... Ähm... Ach... Stanz... Ach... Mein Gott. Wisst ihr wie heiß es ist? Mein Gehirn ist einfach nur Matsche. Ihr wisst was. Steppelkissen. So mein Gott. Und dann werde ich noch von Tim Holz diese kleine Steppelkissen benutzen. Zum verwischen hier. So wirst du jetzt hier sitzen bleiben oder was? Hm... Also fangen wir mal an, ne? Kartenrollen habe ich ähm... Von Wulwurt. Das habe ich schon ewig her. Und das ist ähm... Moment... Ich glaube 12,5. Ja, 12,5 mal 17,5. Genau. Ähm... Ja. Als Auflage würde ich gerne von... Das ist jetzt von Teddy. Aus diesem Block. Und zwar... Hier benutzen. Ist der hier. Guck mal. Perfekt aufgeschlagen. So. Tapsel willst du rausgehen? Bin mein Tapsel. Ich muss kurz zu euch auf Pause machen, damit ich Tapsel auf die Lotja rauslassen kann. Und hier ist wieder unscharf. Das Papier würde ich jetzt ähm 12 auf 17 zuschneiden. Und... Ähm... Moment, wie machen wir das? Ich muss mal für die Zukunft mal was überlegen. Wie gesagt, momentan ist es so heiß, dass ich überhaupt nichts drehe. Also... Machen wir 12. Du musst hier mal aufpassen, ich schaffe es sogar mit dem Schneidebrett schief zu schneiden. 12. 12. Das wird nicht weggeschmissen. Mal 17. Zeller, du musst einmal hier... Die sitzt genau hier. Hier. Deswegen. Mal 17. so genau gucken. So, ich glaube, das muss ein bisschen... Gestern hat das Papier so ein bisschen gepfranst, ausgefranst. Da habe ich auf YouTube gesehen, manche nehmen so wie Nagelpfeile, die sind so ein bisschen dicker und tun so, wie hier, damit so ein bisschen weg machen. Hey, Stella, weg da. Ich will jetzt spielen natürlich, wegen der Pfeile. Hey, du Frechdachs. Jetzt gucke ich, ob ich das auch richtig geschnitten habe, und mich nicht wieder verschnitten habe. Das einfach mache ich zu gerne. Wo ist jetzt mein Kartenrollen? Na, Pfote weg. Ja, so möchte ich es haben. Dann mache ich hier doppelseitiges Klebeband. Das ist von Action. Ich ziehe das ein bisschen näher zu mir, oder auch nicht. Wie geht es euch eigentlich bei dieser Hitze? Also, ich freue mich auf den Herbst. Du lässt schön meine Stifte in Ohr. Komm, Stella, jetzt runter vom Tisch. Also, wir haben gerade hier 39 Grad, solche Temperaturen haben wir. Der ist wirklich mein Gehirn. Einfach nur Matsch. Ich habe ein Bastelvideo abgedreht gehabt, da konnte ich aber nicht sprechen, weil ich den Ventilator laufen ließ, und das war einfach zu laut. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, okay, ich lege mal ein Voice-Over, aber ich habe so keine Lust gehabt um ein Voice-Over. Deswegen werde ich dieses Video noch mal drehen. So, hier noch eins. Das bringe ich schon mal an. Also, hier das Hellere möchte ich gern nach oben, und das etwas dunklerer nach unten. Jetzt habe ich keine Figernägel. Jetzt habe ich keine Figernägel. Ich kriege das gut weg. Na? Na komm schon. War ja klar. Jetzt will Stella raus. Also, malen tue ich gerade gar nicht. Also, ich tue nur so ein bisschen Steppel ausmalen, aber auch nicht wirklich, weil bei dem Wetter geht es nicht. Es ist einfach zu warm. Du bleibst kleben, das Papier wälze ich, weil es so nass ist. Also, von der Handfläche hier, ne? Vom Ellenbogen. Und das hilft mir dauernd der Schweiß. Das macht einfach keinen Spaß. Und die Stifte sind dann auch so weich. Deswegen, ich glaube, malen tue ich erst wieder, wenn ein bisschen kühler ist. Na? Sorry fürs Fackeln. So. Und dann wollen wir mal anlegen. Da muss ich genau gucken. Ich und gerade. Das ist auch so ein bisschen schwierig immer bei mir. Ich sehe das einfach nicht. Jetzt würde ich gerne, wie gesagt, das ist aus dem Action Block, dieses etwas dicke, das weißes Papier, da würde ich jetzt die, ähm, ja, ich habe die doch gerade in der Hand gehabt, hier. Die, äh, den Kreis ausstanzen und den kleben wir dann hier drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, ich stanze das kurz und bin gleich wieder da. Also, da habe ich das ausgestanzt. Ich glaube, ich muss mal meine Stanzplatten mal ein bisschen sauber machen mit so einer Bürste. Weil ich habe da mal verschiedene bunte Papiere ausgestanzt und sieht man hier so ein bisschen. So. Das möchte ich ungefähr hier oben haben. Weil hier würde dann der Spruch irgendwann kommen. Und jetzt klebe ich schon mal hier drauf. So. Jetzt würde ich gerne, ähm, gestern, also gestern Abend, habe ich erst gestempelt und ausgemalt. Also, nicht den, sondern der da drunter. Und, ähm, erst später habe ich mit den, ähm, mit den Inks, äh, verwischt. Heute möchte ich das erstmal andersrum machen. Weil, wie gesagt, für mich ist nur wichtig, wenn man die Karte so macht, dass man den Frosch auch da sieht. Also, deswegen ist es egal, ob er nachher, vorher oder nachher, ähm, ausgemalt wird. Aber ich finde, wenn ich mit dem Inksfeuer drüber gehe, dass es dann schöner aussieht. Also, die Grünen, wozu habe ich die Grünen genommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich die falschen rausgelegt. Aber ich bin ja auch so ein Dings. Also, ich mache euch kurz auf Pause und suche die richtigen aus. Das habe ich voll die falschen hier rausgesucht. So, ich habe jetzt die richtigen rausgesucht. Ich habe einfach, die waren so gestapelt und dann dachte ich, das wären die. Also, für oben würde ich gerne diese drei Farben. Einmal fokussieren. Benutzen. Und unten würde ich gerne diese drei Farben benutzen. Weil ich habe nicht so viele Blautöne. Ich habe mir damals nur diese kleinen gekauft zum Ausprobieren. Und die reichen eigentlich auch. So, was soll ich? Ich muss mal gucken, es ist ein bisschen dunkler heute. Mal schauen. Ich mache mal so. Ich fange mit dem Gelben an. Verdammt. Toll, Helene. Und mache so bis zur Hälfte ungefähr. Und dann gehe ich auch ein bisschen drüber. Und noch ein bisschen. Dann würde ich Waldhoney nehmen. Hier bin ich mit viel zu viel Farbe jetzt reingegangen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Und jetzt nehme ich Spice, Marmelade, Marmelade. Jetzt würde ich mal mit den Blautönen anfangen. Dann einmal mit Peacock. Ich mache mal so, bevor ich mich blamiere. Hier, hier beim Aussprechen. Na, fokussier mal bitte. Danke. Ich glaube, ich muss euch ein bisschen höher machen. Sonst wird es immer unscharf. Dann nehme ich diese Farbe hier. Oh, bitte. Japp mich jetzt nicht. Danke. Dann nehme ich jetzt die. Dann würde ich jetzt gerne hier so einen Pinsel nehmen. Und zwar würde ich das gerne hier so machen. Sag mal, heute hat es aber auch. So, ich glaube, ich glaube, das passt jetzt. Später können wir nochmal gucken. Ich mache mal hier so ein bisschen mehr Schatten. Weil wenn die Seerosen dann kommen, dann soll es hier ein bisschen dunkler aussehen. So. Dann machen wir das weg. Dann holen wir unsere Stempelhilfe. Also ich mache alles mit Stempelhilfe. Da, wie gesagt, jetzt nehme ich hier diesen Stempelset. Dann nehme ich diesen Frosch hier. Und die Farben kurz zur Seite hier. Die brauche ich nicht. Das ist auch weg. Das ist auch weg. Das ist auch weg. Ich habe gestern so aufgemacht und mache ich so die ganze Zeit. Dann denke ich, meine Güte, warum kommt da keine Farbe? Warum wohl nicht? Also ich finde, dieser Stempelkissen, der macht so richtig schöne, feine Linien. Das seins ist, was ich an dem Teil so penetrant finde, ist dieser Mandelgeruch. Und jetzt kommt das Teil zum Einsatz, was ich auch bei dem geholt habe. In meinem allerersten Haul habe ich ja das Falsche bestellt. Das ist viel zu große. Und jetzt habe ich das Richtige. Und das ist, was super bei Stempelhilfe ist. Wenn der Abdruck nicht hundertprozentig ist, kannst du es nochmal und nochmal machen, bis es dir gefällt. Und wenn es immer an dieselbe Position zurückkommt. So. Ich mache das mal hier zur Seite. Und nehme mir hier ein neues Blatt Papier. Wie gesagt, das ist ja von Action, das dickere. Und stempele ich mir hier den Frosch, den ich nachher obendrauf setze auf den anderen, damit es so 3D mäßig ist. Und da das Ding wasserfest ist, mache ich den Stempel gleich sauber. Und was ich gleich schon mache, ich tue einmal, wenn ich schon hier einmal die Seerose mache, die stempele ich hier ab. So. Dann. Oh ne, das brauche ich nicht. Die Seerosen. Ja. Hier, dieses grüne Blatt, das ist die Seerose hier. Und die mache ich da hin. Zack. Und dasselbe noch einmal. Und das selbe noch einmal. Und da ich die Seerose zweimal haben möchte. Oder soll ich sogar drei machen? Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal drei Stempel davon. Mal schauen, ob ich mir hier auch dreimal die benutze oder so wie im Dummy, dass ich da noch zwei nehme. Das entscheide ich gleich. Und hier habe ich hier. Und hier. Ja, das brauche ich ja gleich. Das nehme ich jetzt hier runter. Und da nehme ich nochmal meine Karte. Und überlege. Habe ich noch meinen von gestern. Ich war ja gestern so schlau. Und habe ja vorgemalt. Und dann wollte ich das ausstanzen. Und habe das nicht fixiert. Und dann ist es mir verrutscht. Und dann hat mein Frosch kaputt gemacht. Also, das decke ich so ab. So möchte ich das haben. Ist hier alles abgedeckt? Ja. So sitzt der ja auf seinem Blatt. Und jetzt kommt meine Seerose. Die kommt ungefähr so hin. Das reicht mir schon. Das Abdruck. Die andere kommt hier hin. Und jetzt überlege ich. Mache ich noch eine dritte oder nicht? Weil das Problem ist, wenn ich sie jetzt hier hin mache. Und hier kommt das Spruch. Dann habe ich keinen Platz. Das ist aber nicht so schlimm. Weil die kann ich auch später noch zufügen. Und dann machen wir das hier mal weg. Zack. Kommt wieder in den Müll. Die Karte raus. Und zur Seite erstmal. Stempelkissen zu. Ich kenne mich. Bleib dann hängen. Versau alles. Stempelkissen zu. Und jetzt mal stempel die hier. So, ich mache sie vorher aus. Ich male sie erstmal aus. Und dann schneide ich sie so mit zurecht. Dass ich sie dann durchziehen. Äh, durch die Big Shot durchgubbeln kann. Aber vorher trinke ich hier einen Kaffee mit Pflanzenmilch. Ich nehme hier meine Luminings. Die waren gestern hier. Stand hier von einem anderen Projekt. Wo jetzt auf Eis liegt. Und da hatte ich keine Lust. Jetzt mir neue Stifte da rauszusuchen. Deswegen habe ich sie genommen. Ich würde sagen. Ich mache. Ich weiß nicht. Ist das überhaupt interessant. So zu gucken. Wie ich das ausmale. Oder soll ich das im Schnelldurchlauf machen. Ich glaube. Ich mache das im Schnelldurchlauf. Weil ihr könnt ja verschiedene. Ich habe immer so verschiedene Grüntöne. Und dann hier zwei verschiedene Rottöne. Und Schwarzen benutze ich dann dazu. Und hier auch so ein bisschen Petroltöne. Daher ist es eigentlich nicht so richtig. Also mache ich euch dann so in einem etwas schnelleren Durchlauf. Nicht ganz so schnell. Aber so doch ein bisschen schneller. Also ich quatsche jetzt nicht. Das wird mit Musik unterlegt. Also dann lege ich mal los. Und mal das alles aus. Und dann lege ich mal los. Und dann lege ich mal los. Und dann lege ich mal los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also das Video wird vor dem anderen Video kommen, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. So, dann male ich das hier auch weiter aus. Also hier nehme ich Brauntöne und für die Stängel hier nehme ich diese Grüntöne, die ich beim Frosch genommen habe. So, jetzt habe ich hier fertig, das ist natürlich jetzt ziemlich dunkel, aber da kommt ja, da kommen die Teile drauf. Mir ist es wie gesagt wichtig, dass man so von der Seite sehen kann, dass dort auch noch was ist. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden, mein Gehirn ist wirklich, gehen wir rüber. Also, ich habe mir schon hier so, das ist auch von Action, habe mir so Streifen vorbereitet, dass ich die gleich die Stanzen damit befestigen kann. Nicht, dass mir so wie gestern in der Müll passiert, dass es verrutscht und dann darf ich wieder von vorne alles machen. Ich tue hier so ein bisschen die Klebekraft ein bisschen wegnehmen von den Streifen, damit sie mir mein Papier nicht reißen. So, und hier sind die Stanzen. Wie gesagt, ich habe die, wo habe ich eigentlich die Stanzen hingemacht? Ich habe sie nur so aus dem Weg gebracht, damit sie mir nicht im Weg liegen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sie hingemacht habe. Oh, das ist so schlimm mit mir. Egal. So, hier ist mein Frosch. Gestern habe ich sie noch so zugeschnitten und einzeln ausgestanzt, aber heute mache ich mal alles auf einmal. Ich ziehe das mal ein bisschen zu mir, dass ich es besser sehen kann, dass ich es auch richtig anlege. So. Dann mache ich das hier so. Hier ist das Blatt. Hey. Also ich habe gerade echt Schwierigkeiten. Das kommt vom Rücken. Ich muss in einem Armatier-Termin nochmal. Bei mir ist ab hier der Finger, so, hier total taub. Und auch so meine Lippen sind manchmal taub und auch die Hälfte so von meiner Nasenspitze ist taub. Und deswegen muss ich eigentlich in einem Armatier, aber ich komme da gerade nicht durch vom Termin hier. Da muss ich jetzt morgen persönlich vorbeigehen, um mir einen Termin machen zu lassen, weil telefonisch geht gar nicht. So, jetzt lege ich, das muss hier sein, genau. So. 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 Das ist hier. Und dann haben wir nochmal hier. Hier und die Sternsicht danach, weil, wie gesagt, ich habe hier nur eine von jeder. Jetzt habe ich hier meine Finger wieder versorgen. Und ich brauche noch zwei. So. So. Und ich befestige mir das hier. Und ich befestige mir das hier. das Ding nicht verrutscht. Das ist meine zweite Platte. Das kurbel ich jetzt durch. Das müsste eigentlich jetzt passen. Vorsichtig abziehen. Seht ihr, da war die Klebekraft noch ein bisschen so fest auf dem Teil? Bitte, bitte, bitte. Schön vorsichtig. Maike, ich bin gerade am drehen. Hier muss ich auch vorsichtig machen. Kein Bedürfnis, meine Frischchen von vorne aus zu malen. Wie gesagt, das Video zu dem Hole, wo ich euch die Stempel zeige, das wird nach dem Video online kommen, weil ich wollte jetzt nicht nur Holz abdrehen die ganze Zeit. Aber ich komme auch nicht dazu, richtig viel zu basteln. Wie gesagt, ich habe gerade sehr viel zu tun auf der Arbeit und es ist auch sehr, sehr heiß momentan. Da wird man jetzt schon gar im Kopf vom Nichtstun. Wenn man dann noch arbeitet, den ganzen Tag und dann noch drehen muss. Was heißt muss? Sollte, dann ist es auch so. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ich stelle mich manchmal so doof an. So, ich mache euch auf Pause kurz. Dann stanze ich noch die anderen zwei Sehrosen und Seeblatt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bis gleich. So, jetzt habe ich alle ausgestanzt und was mir hier passiert wieder ist, obwohl ich ja das festgeklebt habe, habe ich es trotzdem daneben geschnitten, irgendwie. So, das ist ich verruscht statt. Also, würde ich sagen, wir setzen hier drauf und da kommen jetzt solche. Das habe ich auch von Temo. Ich muss aber sagen, dass ich sie nicht so toll finde. Weil, ich weiß nicht, mag ich nicht. Ich habe mal so ein bisschen teurer gehabt. Die haben mir besser gefallen. Oder die von Amazon hatte ich. Die waren auch nicht schlecht, aber jetzt benutze ich die erst mal, weil ich wollte die testen, weil ich dachte, wenn ich mir nochmal was von Temo bestelle, dass ich sie nachbestelle dann. Aber, das werde ich nicht tun, weil ich davon nicht überzeugt bin. Dann benutze ich lieber meine Amazon und die etwas teuren, die ich noch habe. Das wird jetzt ein bisschen flimmelig sein, da ich ja gar keine Fingernägel habe. Das Ding. Also, ich ziehe die mal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay? Also, ich bin nochmal, ich wollte euch nur zeigen, warum ich sie so blöd finde. Erstmal kriegst du kaum dieses Ding da ab. Das hatte ich gestern schon Schwierigkeiten gehabt und gestern hatte ich noch ein bisschen Fingernägel. weil ich habe die heute geschnitten, aber die ließen sich gestern und dann zieht sich wie Gummi. Ich weiß nicht, liegt das an der Hitze oder nicht. Wie gesagt, ich will mich da einfach nur durch. Gestern hat das mir so auf die Palme gebracht. Jetzt schon wieder. Da, es zieht sich die erste Schicht ab. Ich mache nachher auch ein bisschen Kleber drunter, wenn ich das drauf setze. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Rest abgezogen habe. Na, unscharf. So, gefühlte drei Stunden später habe ich die Dinger da abgezogen, mit Pinzette sogar. Da hätte ich hier vielleicht doch noch eine machen sollen. So. Da mache ich jetzt hier noch ein bisschen Kleber drauf, dass sie auch wirklich halten dann. Zack. Und jetzt platziere ich das Ding hier hin. So. Mein Fröschchen setze ich ja hier so drauf. Das heißt, da kommt kein, der wird normal mit Kleber. Okay. So. Was heißt hassen? Ich mag die nicht so. Hassen ist schon ein bisschen so übertrieben. Ich habe schlechteren überhaupt schon. Es ist so komisch, wenn der Finger so taub ist und du wirst damit was machen. Ich habe hier kein Gefühl, wirklich. Das ist so. Ich hoffe auch, dass bald diese große Hitze endlich weg ist. Ich freue mich wirklich auf Herbst. Ich habe die Schnauze voll von der Hitze. So. Jetzt muss ich aber gucken. Nein. Scheiße. Schütte. Entschuldigung. Ich wollte scheiße sagen. So. Na, wackeln tue ich auch. Also, die Lehne konzentriere dich bitte jetzt hier. So. Da habe ich hier. Ja. Da habe ich auch. Okay. So. Dann ziehe ich die Teile mal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie gesagt, das wird ja hier auf dem Blatt dran geklebt, weil wenn ich jetzt hier die 3D-Bits mache, ist das viel höher. Dann ist es so. Und das will ich hier nicht. Also, bis gleich. So. Meine Güte. Das hat mir jetzt gerade in den letzten Nerv gepasstet. Oh nein. Mein Akku ist gleich vorbei, weil es so heiß ist. Jetzt ist mein Akku gerade immer so schnell leer. Zack, zack. Dann mache ich hier ein bisschen Kleber. Heute habe ich es auch hier mit dem Scharf und Scharf sein. So. Ich ziehe das ein bisschen zu mir, damit ich es ein bisschen besser sehen kann. Was ich da auch tue. Ob ich das richtig auch mache. So. So. Sieht auch schon gut aus, oder? Dann machen wir jetzt so. Ich tue jetzt. Das habe ich gestern auch. Ich schneide sie ein bisschen an. Also, ich kürze sie hier ein bisschen. So. 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 Ja, genau. Genau. Das war. Genau. Das war falsch. Das kommt hier. Schon. Und das brauche ich nicht kürzen. Aber was ich hier mache, dadurch, dass es sich verschoben hat, schneide ich hier so ein bisschen entlang, dass der Rand nicht so dick ist. So. 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 And here I'm going to set it up. okie okie dann weiß jetzt klebe kleben hier war das denn so ich habe mir noch immer nicht in so eine feine sind so eine ach wie nennt man das jetzt mein gott so eine tube umgefüllt wo ich so eine feinere spitze habe gerade für so feine details wie gestern habe ich das auch gestempelt und ausgemalt und dann wie gesagt wollte ich mit den 3d-pads drauf machen aber das war ja nicht so der börner dann okie dann stempele ich nicht sonst klebe ich und klebe sie einfach so auf hier hätte ich auch vielleicht ein bisschen schmaler machen können aber es ist jetzt auch nicht so billig man könnte noch jetzt auch paar mehr machen von den teilen aber man hätte ich hier so ein blatt machen können und da die die rose draufsetzen aber sonst ist die karte dann wieder voll laden obwohl ich da auch keine probleme habe damit bei mir sind nie was schlicht ich kann genauso wie dieses ganz zarte ausmalen kann ich auch nicht funktioniert bei mir nicht bei mir muss immer kräftig sein hier mache ich auch die pads drauf und dann sehen wir uns gleich wieder so kleber habe ich jetzt auch drauf gemacht das ist es wirklich ein rotz mit diesen pads da so ich lasse das mal kurz antrocknen solange es trocknet ich wollte hier so ein paar vögelchen drinnen und dann 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 wollte ich noch was drauf geben und zwar ich habe ja diese pferlen sind ja eigentlich wassertropfen soll es darstellen ich mache mal eins mal hier hin und eins mal hier machen wir mal ein tropfen da und ja dann nehmen wir die kleinsten ich muss mal gucken ob ich vielleicht noch kleiner die finde also ganz ganz sind sicher noch besser ich lasse das jetzt auch kurz antrocknen und in derzeit machen wir es so und da wollte ich so ein blatt und dann die ähm Seerose also ich bring jetzt hier mal auf beiden Kleber auf zack 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 dann mach ich erstmal hier hinzu dann setze ich die Seerose auf das blatt so haben wir von innen auch was schönes das ist so jetzt nehme ich noch meinen schwarzen Stift und ich glaube ich bin fertig ah ne den Spruch was nehmen wir denn eigentlich den Spruch sollen wir dann von hier aus was nehmen das steht ja it's a happy day birthday are the best day love a beautiful friendship weißt du was ich nehme dann den hier ne die ist zu groß Moment ich mach euch kurz auf Pause ich bin gleich da so ich hab hier einen Spruch ich zeig's euch ich hab schon die Peppers gemacht mit Kleber und das mach ich mal hier hin und das mach ich mal hier hin ich hab's gerade drauf gemacht so also die Sequenz muss ich jetzt nochmal aufnehmen weil mein Handy ausgegangen ist und also hier hab ich den hier schon fertig ich hab diese Stanze genommen hab das ausgestanzt habe aus diesem Set mit ich wünsch dir einen tollen Tag den Stempel drauf gestempelt diese Pads drauf mich rum geärgert damit so und fertig ist meine Karte hier erstmal weg und dann kann ich sie euch hier nochmal zeigen dann machen wir mal einen Punkt jetzt bis auf dem schwarzen Papier schauen wir mal das präsentieren wir mal so sieht man ein Fröschchen aus und wenn man ihn so von der Seite die Karte betrachtet kann man sehen dass da auch ein Frosch abgebildet ist oder die Seerosen man hätte auch komplett weiß lassen können den Kreis dann wäre das noch neutraler gewesen aber ich wollte das wie so Sonnenuntergang Sonnenaufgang ne Untergang ja oder Aufgang ist egal wie man das interpretiert und wenn man das so aufklappt ist hier noch so ein andere Seerose also ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich würde sagen wie gesagt ähm der Temohol wo ich diese Stanze und die Stempel vorstelle das kommt nach diesem Video mir war wichtig dass ich nicht nur Holz drehe und nichts anderes nicht dass es so ähm komisch rüberkommt aber ähm wie ich auch in einem Video schon in den Holzvideos gesagt habe ich ähm decke mich einfach nur ein damit sodass ich wirklich wenn ich eine Karte basteln möchte dass ich die Sachen einfach da habe es geht mir jetzt nicht darum kaufen 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 weil ähm die Videos sehr gut geguckt werden wenn es darum gehen würde würde ich ja ein Video nach dem anderen hochladen weil die Produkte habe ich ja schon längst zu Hause und wie gesagt also ähm das Video dazu ist ja eigentlich schon abgedreht es muss nur ich habe keine Bilder gemacht muss nur ein Bild machen dann muss es geschnitten werden und bla 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 und dann habe ich ja schon den nächsten Einkauf hier und den nächsten Einkauf und daher also mir geht es nicht um die Holz zu zeigen sondern ähm ich kaufe die Sachen einfach für mich und ja die werden nach und nach kommen und auch so nach und nach werde ich paar schöne Sachen damit basteln also ich finde die Karte total süß mal was anderes also ihr Lieben bleibt gesund passt auf euch auf ne andersrum passt auf euch auf bleibt gesund und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video Ciao eure Helene